für diese Einschätzung. Und wir kommen zu den musikalischen Gästen in RNF Live und zu acht jungen Damen aus der Südpfalz, die als Stimmalarm Furore machen. Kopf der Truppe ist Nina Schrom. Sie hat Mädels um sich gescharrt, die alle eine professionelle Gesangsausbildung haben. Und jetzt ist endlich auch das erste Album auf dem Weg und auf dem Markt. Neue Wege gehen, heißt die Scheibe. Und diese CD wird morgen Abend der Öffentlichkeit in einer tollen Show präsentiert in Jokrim um 20 Uhr im Bürgerhaus geht's los. Bei uns sind die jungen Damen schon jetzt. Jetzt können Sie sich überzeugen, was die erstens stimmlich und zweitens sonst noch so drauf haben. Viel Spaß mit Stimmalarm und dem Titel Rock'n'Roll Fieber. Mit Feuer und Blut, wie Hayley würde mit uns tanzen. Rock'n'Roll Fieber, immer und wieder, wir sind dabei. Die alten Lieder, fertig und Fieber, wir sind so frei. Denn die Ase war nett, das klingt mir nett. Rock'n'Roll ist unser Leben. Rock'n'Roll Fieber, immer und wieder, wir sind dabei. Denn die Ase war nett, das klingt mir nett. Rock'n'Roll ist unser Leben. Im Rhythmus im Blut, mit Feuer und Blut, wie Hayley würde mit uns tanzen. Rock'n'Roll Fieber, immer und wieder, wir sind dabei. Die alten Lieder, fertig und Fieber, wir sind so frei. Denn die Ase war nett, das klingt mir nett. Rock'n'Roll Fieber, immer und wieder, wir sind dabei. Rock'n'Roll ist unser Leben. Sing mit uns rock'n'Roll das ganze Haus. Auch jede kleine graue Maus. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020